Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um einen Cold Case, der in Atenz Y dargestellt wurde. Bekannt wurde dieser Filmfall unter dem Namen Mord in der Boutique Girl und trug den Arbeitstitel Rottweiler. Das Opfer war die Studentin Gisela Gref. Zugetragen hat sich die Tat am 2. Januar 1976. Man beachte den Fall damals mit einem am 7. Januar 1976 begangenen Sexualdelikt in Verbindung. Dieses Sexualdelikt am 7. Januar 1976 konnte man aufklären und dabei stellte sich heraus, dass der Täter nichts mit dem Mord an Gisela Gref zu tun hatte. Dargestellt wurden beide Fälle dann in einem Filmfall in der Atenz Y-Sendung am 4. Juni 1976. Elbert Zimmermann begann die Einleitung zu dem Filmfall mit den Worten, im nächsten Filmfall geht es genau genommen um zwei Fälle, um Mord und um Vergewaltigung. Beide Verbrechen sind innerhalb weniger Tage in unmittelbarer Nachbarschaft geschehen und die zuständige Kripo kann nicht ausschließen, dass sie von ein und demselben Täter verliebt worden sind. Denn nach allen kriminalistischen Erfahrungen treten Täter in unterschiedlicher Intensität in Erscheinung. Das heißt, oft entscheidet ein winziger Zufall, ob ein Opfer mit den Leben davon kommt oder nicht. Die filmische Rekonstruktion beginnt dann auf einer Silvesterfeier in Stutenbrock bei Bielefeld. Dazu erzählt Wolfgang Grünebaum, dass auf dieser Feier wie überall das Jahr 1976 freudig begrüßt wird. Die Studentin Gisela Gref ist aus dem Ruhrgebiet nach Bielefeld gekommen, um hier zusammen mit der Familie eines Freundes das neue Jahr zu beginnen. Bevor alle auf den Balkon gehen, um sich das Feuerwerk anzuschauen, ruft Gisela noch schnell ihre Freundin Waltraud in Essen an, um ihr ein schönes neues Jahr zu wünschen. Wolfgang Grünebaum erzählt dann, dass die beiden Freundinnen Gisela Gref und Waltraud Fuchs vielfältige gemeinsame Interessen haben, auch beruflicher Art. Anke Fuchs besitzt im Ruhrgebiet mehrere Boutiquen. Gisela, die Studentin ist, arbeitet dort in ihrer Freizeit recht häufig als Verkäuferin. Für die Fahrt nach Stutenbrock hat Anke der Gisela ihren Wagen geliehen und im Telefonat wird dann abgeklärt, dass Anke den Wagen am Morgen des 2. Januar 1976 wieder zurück benötigt. Denn sie muss ihre vier Boutiquen aussuchen wegen der Inventur. Damit ist jetzt Gisela nicht ganz so einverstanden, denn sie hatte geplant, eigentlich am Freitagmorgen zurückzukommen. Anke bittet sie dann, am Donnerstagabend zurückzukommen. Das wäre dann der Abend des 1. Januar. Weiterhin schlägt sie dann vor, dass Gisela bei ihr schlafen kann und sie dann am Morgen des 2. Januar zusammen in die Boutiquen nach Gelsenkirchen fahren und auch zusammen mit der Inventur anfangen. In der nächsten Darstellung wird dann der Wagen von Anke Fuchs vor der Boutiquen Girl in der Marienstraße in Gelsenkirchen gezeigt. Und Wolfgang Grönebaum erzählt dann, dass sie bei den Freundinnen am Morgen des 2. Januar in der Boutiquen mit der Inventur beschäftigt sind. Wolfgang Grönebaum erzählt dann weiter, dass Gisela Greff, die Betriebswirtschaft studiert hat, auch mit praktischen kaufmännischen Arbeiten vertraut ist. Es ist für sie auch nicht ungewöhnlich, das Geschäft ihrer Freundin alleine zu betreuen. Also nach meinen weiteren Recherchen müsste diese Boutiquen Girl in der Marienstraße 16 in Gelsenkirchen-Bür gewesen sein. Damals wurden bei Atenzwangsy ja noch keine konkreten Angaben zum Tatort gemacht. Um die zusätzliche Arbeit an diesem Tag besser zu bewältigen, fasst Gisela dann einen Entschluss, der sich später als sehr folgenschwer herausstellen wird. Gisela erzählt nämlich Anke, dass sie über Mittag bleiben wird und in dem Zeitraum will sie den Laden offen lassen. Also früher war es ja so, dass sie die Läden meist um 13 Uhr geschlossen haben und dann um 15 Uhr wieder öffnet. Anke ist damit einverstanden, verlässt dann die Boutique und spricht mit Gisela ab, dass sie sie am Abend wieder abholen wird. Wolfgang Grönebaum erzählt dann weiter, dass Gisela in den nächsten Stunden nicht nur die Inventur fortsetzt, sondern auch zwölf Kundinnen bedient. Diese wollen die ersten Sonderangebote im neuen Jahr nutzen. Hinter den Umkleidekabinen in der Boutique befindet sich ein kleiner Raum, der als Lager dient. Und dieser ist so eingerichtet, dass sie die Verkäuferinnen auch als Aufenthaltsraum benutzen können. Eine im Laden anwesende Kundin interessiert sich für einen Rock, dessen Preis nicht herabgesetzt ist und sie hat leider nicht so viel Geld dabei, um diesen Rock bezahlen zu können. Gisela bietet der Kundin an, den Rock zurückzulegen. Und die Kundin ist damit einverstanden und möchte dann um 14 Uhr wiederkommen, um den Rock zu bezahlen und abzuholen. Alle Kleidungsstücke, die Gisela an diesem Vormittag verkauft, trägt sie in ihren Kassenblock ein. Damit lässt sich dann feststellen, wie viele Kundinnen an diesem Vormittag im Laden waren und ihm etwas gekauft haben. Um 13.40 Uhr wird Gisela von zwei jungen Mädchen letztmalig lebend in dem Laden gesehen. Diese waren kurz vorher bei ihr als Kundin im Laden gewesen. Für das, was dann in den nächsten 30 Minuten in dem Laden geschieht, gibt es keine Zeugen. Aber die Polizei kann die Vorgänge ziemlich genau rekonstruieren. Kurz vor 14 Uhr muss ein Mann den Laden betreten haben. Gisela ist zu diesem Zeitpunkt vermutlich im Lager beschäftigt und kann nicht sofort nach vorne gehen und den Kunden begrüßen. Als sie dann vom Lagerraum in den Verkaufsraum geht, wird sie überraschend von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Täter wirkt Gisela und erdrosselt sie danach mit einem Elektrokabel. Die weiteren Spuren sprechen dafür, dass der Mann Gisela erst danach ausgezogen hat und es währenddessen zu einem gefährlichen Zwischenfall kommt. Denn pünktlich um 14 Uhr kommt die Kundin, die den Rock bezahlen und mitnehmen möchte, ins Geschäft. Als sie die Verkäuferin sucht und niemand auf ein mehrfaches Hallo reagiert, schaut sie sich im Laden um und geht auch zu dem Lagerraum. Und dort sieht sie die Beine einer Frau. Sie denkt an diesem Moment daran, dass eine Schaufünsterpuppe umgestürzt ist. Instinktiv spürt sie aber auch eine Gefahr. Deswegen geht sie nicht weiter in den Lagerraum hinein und ruft erneut, ob jemand da ist. Währenddessen steht in der filmischen Rekordinstruktion der Täter hinter der Tür zu dem Lagerraum. Die Kundin verlässt den Laden dann wieder und erfährt später, dass ihre Ängstlichkeit ihr vermutlich das Leben gerettet wird. In der nächsten Darstellung steht dann ein Polizeiwagen vor der Tür der Boutique. Wolfgang Grönnebaum erzählt dazu, dass etwa eine Stunde später eine andere Kundin die Tote im Lagerraum findet und alarmiert die Polizei. Die Ermittler in der Boutique sprechen dann darüber, dass Gisela vollkommen nackt aufgefunden wurde. Weiter kommen die Ermittler dann aber wegen der fehlenden Spur nicht. Auch wurden der toten Gisela Greff fast keine Gegenstände gestohlen, außer vermutlich ein Dupont-Feuerzeug. Dieses hat sie immer bei sich geführt, konnte aber Durchsicht des Tatortes bzw. der Boutique nicht gefunden werden. Damit ist die filmische Rekonstruktion in diesem Fall dann erstmal beendet. Es geht dann weiter mit dem 7. Januar, denn nur wenige hundert Meter von der Boutique entfernt wird erneut eine Sexualstraftat begangen. Das ist ebenfalls im Stadtteil Bühr. Zunächst fällt dieser Mann mehreren Passanten auf, als ihm in der Hochstraße sein Hund, das ist ein Rottweiler, wegläuft. Und auch ein zwölfjähriger Junge, der seinen Freund zum Spielen abholen will, erinnert sich später an eine Begegnung mit diesem Mann. Als der Junge das Haus, in dem er seinen Freund wohnt, betreten will, spricht ihn der unbekannte Mann an und fragt ihn, ob er einen großen Hund gesehen hat. Dies verneint der Junge, geht die Treppen hinauf zu der Wohnung von seinem Freund. Dann heißt es weiter, dass ab ca. 11 Uhr die 37-jährige Marianne Kröger alleine in ihrer Wohnung ist, und zwar in der Hochstraße in Bühr. Sie erwartet ihren Sohn Martin erst zum Mittagessen zurück. Und sie ist die Mutter des Jungen, der zum Spielen abgeholt wurde. Der Mann, der seinen Hund sucht, geistert um diese Zeit durchs Treppenhaus und Marianne Kröger hat Schritte ins Treppenhaus. Plötzlich wird sie dann auf ein merkwürdiges Geräusch vor ihrer Wohnungstür aufmerksam und öffnet die Tür. In diesem Moment stürmt der unbekannte Mann in die Wohnung. Er gibt an, dass er sich verstecken muss, bedroht die Frau in der Rekonstruktion mit einer Hundeleine. Er sendet sie weiter in die Wohnung in ein Schlafzimmer und will die Frau vergewaltigen. Bei der ersten Gelegenheit fliegt die Frau nackt aus der Wohnung und schließt sich auf einer Toilette im Treppenhaus ein. Der Mann versucht dann nicht die Toilettentür aufzubrechen, sondern verlässt schnell das Haus. Als er das Haus verlässt, fährt er dann wieder mehrere Passanten auf, da er erneut fragt, ob sie einen großen schwarzen Hund gesehen haben. Der Hund sitzt dann etwas weiter und der Mann leihnt ihn an und die beiden gehen von dann. Und damit endet dann die filmische Rekonstruktion. In der Nachbesprechung ging es dann vorrangig um den Hund und um ein Phantombild, welches angefertigt werden konnte, durch Befragung der Passanten, die der Mann nach dem Hund gefragt hat. Der Mann hatte weiterhin den Passanten erzählt, dass der Hund noch nicht so richtig an ihn gewöhnt sei. Also hatte der Mann den Hund wahrscheinlich auch noch nicht so lange. Und dass noch keine Harmonie zwischen dem Mann und dem Hund da war, konnte man auch in der Darstellung sehen. Denn der Hund duckte sich, als der Mann ihn anleihen wollte. Ja und wie schon gesagt, der Filmfall hatte dann den Arbeitstitel Rottweiler und aus Gründen der Geheimhaltung durften nicht einmal die Schauspieler wissen, in welchem Film sie eigentlich mitspielen. Das wird aber nicht genau erläutert. In der Artenzwangs Y-Sendung wird dann das Phantombild des Hundebesitzers gezeigt. Und aufgrund dieses Phantombildes rief dann ein Hobbyfotograf an, der in einer Gaststätte in der Nacht zum 7. Januar die Kellnerin fotografiert hatte. Denn diese war seine Freundin. Und dabei war zufällig auch ein fremder Mann mit aus Bild gekommen. Ein Mann, der eine Hundeleine bei sich hatte. Und dieser Mann auf dem Foto sah dem Phantombild des Sexualtäters verblüffend ähnlich. Und die Kripo hat dann mit diesem Bild aus der Gaststätte die Gelsenkirchener Hundehändler ab. Und einer der Männer, also einer der Hundehändler, sagte dann, dass er einem Mann, der so aussieht, einen Hund, einen Rottweiler verkauft hat. Er hatte in der Zeitung inseriert und am 6. Januar wurde der Hund für 600 Mark von diesem Mann gekauft. Und auch ein Taxifahrer hat sich erinnert. Er sagt, er habe den Mann Anfang Januar gefahren. Er wollte damals nach Dortmund. Damit hatte man dann allerdings immer noch nicht den Namen des Mannes. Und der Hinweis des Taxifahrers war Anlass, für die Gelsenkirchener Kripo ihre Dortmunder Kollegen zu mobilisieren. Und die ermittelten dann den Namen des Tatverdächtigen. Hans-Dieter D. Er war 28 Jahre alt und mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Unter anderem auch wegen Vergewaltigung. Aber wie machte man nun weiter? Ja, denn der Termin für die nächste Atenzens Y-Sendung naht da heran. Hans-Dieter D. war zwar ermittelt, aber noch nicht gefasst worden. Man fragte sich dann bei der XY-Redaktion, ob man sein Foto diesmal original zeigen sollte. Bisher war ja nur sein Phantomfoto gezeigt worden. So gab es dann zwischen Mainz, also der Redaktion von Atenzens Y und Gelsenkirchen, lange Telefonate. Es wurden da alle Argumente dafür und dagegen abgewogen. Man meinte, die Chance, den Mann zu fassen, wäre bei einer Fernsehveröffentlichung des Fotos in Atenzens Y natürlich sehr viel größer. Andererseits, wenn er nun zwar dank des Fotos gefasst wird, aber leugnet, die Vergewaltigung in Gelsenkirchen begangen zu haben, dann würde man ihn am beweiskräftigsten dadurch überführen, wenn sein Opfer ihn bei einer Gegenüberdarstellung einwandfrei identifizieren könnte. Vor Gericht wäre diese Identifizierung jedoch nur die Hälfte wert, wenn die Frau zugeben müsste, den mutmaßlichen Mann schon einmal im Fernsehen gesehen zu haben. Und dieses Argument hat dann durchgeschlagen. Und zwar kurz vor der Sendung. So wurde der Fall Hans-Dieter D. zwar behandelt, aber das Foto nicht gezeigt. Und auch der Name des Täters wurde verspielt. Das hatte noch einen weiteren Vorteil. Denn Hans-Dieter D., der die Sendung möglicherweise sah, konnte sich in Sicherheit wiegen, während die Polizei weiter daran arbeitete. Und dann mit Erfolg. Die Dortmunder Kripo bekam einen heißen Tipp und nahm Hans-Dieter D. in der Wohnung fest, in der er sich versteckt hielt. Er gab das Verbrechen vom 7. Januar zu. Und schon seit langem, so hat er dann ausgesagt, habe er sich als Hunde nach für einen Rottweiler interessiert. Und am 6. Januar sei er dann auf eine Zeitungsanzeige hin nach Gelsenkirchen gefahren und habe sich seinen Wunsch erfüllt. Und vor lauter Freude sei er dann in einer Gaststätte versannt. Eben in der Gaststätte, in der er ganz aus Versehen auf das Foto mit der Kellnerin geraten war. Und die Tat am nächsten Vormittag konnte er sich nur so erklären, dass er sie unter dem Einfluss von zu viel Alkohol begangen habe. Und die Polizei, also die Kripo, hat dann natürlich mal nachgefragt, wie es dann aussieht. Ob er vielleicht auch für den Mord an der Boutique-Verkäuferin Gisela Greff der Tatverdächtige sein könnte. Aber da hat er dann empört reagiert und sagte, dass er damit nichts zu tun hat. Die Kripo holten die es natürlich nicht sofort locker und haben ihn dann gefragt, wo er denn am 2. Januar gewesen sei. Der Mann musste zwar ein bisschen nachdenken, konnte sich dann aber erinnern. Und er hatte ein Alibi, das nicht zu erschüttern war. Und das wird aber hier nicht genau genannt. Und man muss dann heute davon ausgehen, dass im Januar 1976 in Gelsenkirchen wirklich zwei Täter innerhalb weniger Tage zwei ähnliche Verbrechen in ziemlicher Umgebung begangen haben. Hans Dieter D. wurde dann wegen Vergewaltigung zu drei Jahren in Haft verurteilt. Da stellt man sich natürlich dann die Frage, was ist denn mit dem Hund passiert. Der Rottweiler wurde dann einem Züchter übergeben. Ja und Eduard Zimmermann hat sich dann noch sehr lobend über den Hund geäußert, der in der Rekonstruktion mitgespielt hat. Er sagte, er habe selten einen so disziplinierten Schauspieler erlebt. Man hätte ihn über den Züchterverband von einem Kaufmann in München geliehen bekommen. Also dürfte der Hund danach auch in gute Hände gekommen sein. Also der Mord an Gisela Greff ist seit fast 50 Jahren ungeklärt. Ob dieser Fall jemals aufgeklärt wird, ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr mein Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.